Linken-Fraktionschef fordert Bürgerversicherung wie in Österreich. Jeder dritte Vollzeitbeschäftigte steuert auf Rente unter 1200 Euro zu. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema gesetzliche Rente ist in vollem Gange. Es geht letzten Endes um die große generelle Frage, wo steuern wir mit der gesetzlichen Rentenversicherung hin. In vielen Gesprächen, die ich geführt habe und die ich auch fast jeden Tag führe zu diesem Thema, höre ich immer mehr raus, dass ein Großteil der Bevölkerung eine gesetzliche Rentenversicherung für alle haben möchte. Und so will es auch der linken Chef Bartsch. Der sagt nämlich, die gesetzliche Altersversorgung sichere vielen Senioren nicht mehr den Lebensstandard. Er plädiert für ein Rentenmodell nach dem österreichischen Vorbild. Im Übrigen auch ein Modell, was wir auch sehr, sehr gut finden würden. Mehr als ein Drittel der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland wird nach den Zahlen der Bundesregierung im Alter eine gesetzliche Rente unter 1200 Euro erhalten. Das hat die Augsburger Allgemeine Unterberufung auf eine Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linken mitgeteilt. Deren Chef Dietmar Bartsch nannte die Zahlen alarmierend. Wir brauchen dringendst eine große Rentenreform in Deutschland. Denn nach Antwort der Bundesregierung erhalten oder erhielten 36 Prozent der künftigen Rentnerinnen und Rentner selbst nach 45 Jahren Arbeitsjahren, 45 Jahren oder 45 Arbeitsjahren maximal 1200 Euro Netto-Rente. So sieht das wohl aus. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Gefälle in Deutschland. So haben wir ein Ost-West- oder Ost-Süd-Gefälle. Und vor allen Dingen hier frappierend, dass im Osten aufgrund der geringeren Rentenerwartungen hier deutlich weniger Menschen da sein oder deutlich weniger Senioren sein werden, die eine Rente über 1200 Euro erhalten. Das heißt also, wir haben hier im Osten viel mehr zukünftige Rentnerinnen und Rentner, die deutlich geringere Renten erhalten werden als zum Beispiel im süddeutschen Raum. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist eine spannende Diskussion. Es nimmt voll an Fahrt auf. Und ich bin der Meinung, dass wir in Deutschland eine gesetzliche Rentenversicherung und auch eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen. Ich bin Sozialrechtler mit Fleisch und Blut. Und glauben Sie mir bitte eins, alles andere als ein Rentenversicherungssystem und ein Krankenversicherungssystem in Deutschland macht keinen Sinn. Und im Übrigen sind wir wieder mal einsame Spitze und Weltmeister in Europa. Wir sind das einzigste Land, was sich hier sozusagen innerhalb von zwei Sozialrechtssystemen zwei unterschiedliche Systeme leistet. Unter anderem dann auch noch die Beamtenpension für rund 4 bis 5 Millionen pensionierte Beamte, die uns jährlich 70 Milliarden Euro an Steuergeld kosten. Das ist ein Zustand, der ist unhaltbar. Und deshalb sage ich auch, wir brauchen eine gesetzliche Rentenversicherung. Wenn Sie auch dafür sind, dann schreiben Sie uns einfach und machen Sie einfach mal Druck bei Ihren Bundestagsabgeordneten vor Ort, dass die endlich mal in die Gänge kommen und hier ein paar ordentliche Dinge in die Wege bringen, dass wir endlich eine allgemeine, breite Diskussion um die Zukunftsfähigkeit der deutschen Rentenversicherung bekommen werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel